Hey, und willkommen zu einer weiteren Folge Happy Meals, heute mit den meistgespielten Leveln von heute. Wir fangen an mit The Matze. Mit meiner Fratze. Tutorial. Ja. Ja, alles, alles sehr leicht verständlich, würde ich sagen. Oh nein, was ist das denn? Oh. Willkommen to The Matze. Demo. Okay. Oh, was ist das denn? Hä? Ah, da komme ich gleich hoch. Okay. Ja, ich verstehe das schon. Das ist wirklich... Nein. Komm. Oh nein, ich glaube, das wird nichts. Ja, genau. Lol. Ja, geil. Ich glaube, das war so nicht gewollt. Also, kann mir jedenfalls sehr gut vorstellen. Das kann mir sehr gut vorstellen. Deswegen steilt es einfach nochmal das Level neu. Aber vorher probiere ich nochmal eben dahin zu gehen. Und ich glaube, das schaffe ich doch gar nicht. Alter. Oh Mann. Guck mal, ich breakdance mich da eigentlich schon hin. Aber irgendwie zählt das nicht. Ich finde das echt nicht in Ordnung. Bitte nicht. Bitte. Halt dich doch. Oh Gott, komm dann nicht, ey. Dann nochmal von vorne. Dann einfach nochmal von vorne. So, und jetzt, komm. Hüpf einfach dahin. Hab Spaß im Leben. Ne, nochmal. Hüpf nach. Ja, genau. Nice. Wow. Best try ever. Jetzt aber. Komm schon. Und. Ha. Ja, es hat geklappt. Das gelbe. Ja, okay. Ich hatte aber jetzt die ganze Zeit SDRG gedrückt. Dann passiert mir hier gar nichts. Ist doch nice. Oh. Oh, oh, oh. Okay. Jetzt ist das an. Ah, ja, cool. Cool, cool, cool. Zurück. Und jetzt geht das bestimmt nach oben. Ja. Stimmt das sogar. Geiles Level. Ja. Das war echt cool. Oh, Rocket Table. Ein, oh Gott. Ja, geil. Ein Traum mit Wahn. Nein. Ah. Ich hab einfach noch gelebt. Ach, schade. Ich hätt einfach weitermachen können. Ja, ist ein bisschen knapp, ne? Ja, das ist. Scheiße. Ah, verdammt. Aber egal. Irgendwann schaff ich das. Ich find's aber schön, wie. Wie Timmy da unten abgammelt. Ich glaub, den besuch ich gleich auch mal. Nein. Das war kein guter Versuch. Aber da verdammt ist er. Nein. Ich lebe. Alles okay. Alles okay. Ja. Auf jeden Fall ein guter Ansatz. Und besser als der vorherige Versuch. Ja. Nein. Ich hab's doch geschafft. Oh nein. Weihnachtsmann. Aber egal. Ich geh mal eben zu Timmy. Timmy, komm. Sag mal, komm ich da nicht hin, oder was? Ah, doch. Ach, guck mal. Da hab ich ihn. Und er hat auch irgendwie keine Lust, sich davon zu befreien, ne? Ich schaukel mal. Mal gucken, ob das geht. Alter, das sollten die... Das sollten die mal auf den Spielplatz bauen, sowas. Aber eigentlich ist es ja nur eine Wippe. Also dementsprechend gibt's das da ja schon. Oh. Nein, 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 nein. Ja, okay. Nice. Ha. Ha. Ja. Ich hab einfach Timmy befreit von seinem Übel. Und hab's dann noch geschafft. Balzro. Hoi. Oh. Hoi. Genau, es rollt einfach weiter. Ach, schade. Manchmal kann man sich dagegen wehren. Diesmal aber nicht. Oh, Timmy ist tot. Ah, das war ein guter Trial. Muss ich sagen. Warum? Warum muss das da immer genau reinrollen? Danke. Hallo? Ja, ich hab noch Death getriggert. Komm runter, komm runter, töd mich. Normalerweise müsste jetzt der... Hä, geht das nicht? Weiß es gar nicht. Müsste mal... Nein, ich will doch sterben. Ja, ich hab's geschafft zu sterben. Ah, okay. Es passt nicht durch. Es passt einfach nicht durch. Ja, schade. Sonst hätte ich mich gerade einfach nur umbringen können. Step in his head. Ah. Vor allem mit zwei Messern, Alter. Und wie schwer die sind. Oh, ist das ein bisschen zu weit? Bin ich wohl ein bisschen zu stark. Ja, nice try. Hätte ich fast gekillt, Minijung. Na. Komm. Oh, verdammte Axt. Ja. Step in his head. Ich hätt's gemacht. Und er platzt einfach noch. Ach, schön. Geiler Move, Timmy. Nochmal Schwerter werfen. Alter, okay. Boah, leck das. Slow motion. Ich bin schon längst gestorben. Aber vielleicht töte ich ja noch alle. Wow. Was? Alter. Der beste Move aller Zeiten. Was ist das denn? Alter, das... Boah, das tut ja weh. Das tut ja weh. Nein. Ja. Was man hier für Moves machen kann. Ja, genau. Wieder mit dem Gesicht aufgefangen, Alter. Der Burner. Passt mal auf, Leute. Ich hüpfe. Hätte da nicht mit gerechnet. Ich weiß. Komm. Ja, geil. Auf jeden Fall richtig geil. Kannst du... Oh, Mann. Ich hasse es. Ja. Oh, nee. Nee. Eigentlich ist das ein Scheißversuch. Oh, oh. Oh, Gott. Was ist das? Ja, was... Hä? Was passiert denn hier? Muss ich hier durch... Oh, was geht denn jetzt ab? Ah. Ah. Noch mal eine kleine... Foltermaschine. Oh, das hältst du einfach nicht zurück ins Ziel. Das ist so traurig. Impossible. 99%. Oh, ja. Oh. Was soll ich denn tun? Hä? Hä? Ah. Ja, wow. Total schwer. Hör mal. Das war ja mal richtig... Easy. Spike Fall. Das wird spannend. Hey, willkommen zu Spike Fall. Oh, ja. Cool. Oh. Wie ich mich hier durchhecken kann, Alter. Ja. Nein, nein, nein. Ich bin tot. Oh, egal. Waste to die. Oh. Kurz warten. Auf den Screen. So, ja. Oh. Bitte nicht. Ja, genau. Was hatte der denn für eine Mini-Bazooka da in der Hand? Was ist das denn? Alter, was passiert denn hier? Warum... Hä? Warum explodiert denn alles? Ja, das explodierte nicht. Such a nice time. Ah. Ach, traurig. Oh, der Kleine überlebt. Cool. Ha. Baby, 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 ja. Hm, ich würde sagen, das ist eigentlich schon fast selber schuld. Das stellt er sich einfach vor Stacheln und fällt dann rein. Ohne Grund. Harpoon Run Pro 2. Uiuiui. Das wird ein Spaß. Alles was, drei. Oh. Gar nicht. Nee, doch nicht. Nee, aber wo war... Wo war jetzt da mein Fehler? Was hätte ich denn anders machen können? SDG vielleicht? Nee. Oh Gott. Oh Gott. Ich hüpfe mal. Ich hüpfe einfach mal. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Nee, ich glaube, das... Das stört er, oder? Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Aber das war, glaube ich, mein bester Versuch, traurigerweise. Einfach weiterhüpfen. Einfach weiterhüpfen. Ist doch geil. Klappt doch. Guter Trick. Nein! Oh, es war so knapp. Nein! Oh, Mann. Der Lichter ist raus. Und gehen. Harpoon Run hard rein. Geil. Was ist ein Unterschied? Nice. Er ist mal direkt gerackt worden. Ui, 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 ui. Nein! Ich bin im Ziel. Nee, ich hab's geschafft. Ich hab's einfach geschafft. Don't touch ball. Oh. Was passiert dann? Vermehren die sich? Ah ja. Okay. Geil. Geile Sache. Vor allem, wenn man einen trifft, passiert das direkt mit allen. Und das ist nicht, nicht geil. Okay. Ist doch noch alles ganz easy, ne? Alter! Ja, genau. Okay. Und da wurde ich. Wurde ich aber getötet. Hey! Oh. Auf jeden Fall ein nicer Try. Oh, shit. Und jetzt geht der... Okay, nee. Das ist... Sobald das einmal aktiviert wird, ist es eigentlich schon vorbei. Oh! Nein! Ich bin... Nee, ich bin verloren. Ha! Nein! Oh, Mann! Vor allem, das Geile ist, ich glaube, das... Das war's ja dann noch nicht mal. Ha! Nein! Alter, ich lebe in so einer traurigen Welt, wenn ich jetzt sterbe. Also, ich kann das schaffen. Ich kann das schaffen. Ich muss mich auf jeden Fall da wegdrücken. Irgendwie. Ich... Ich... Ich packe mal das Teil weg. Ja! Ja, ja, doch, 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 doch! Ja! Nice! Okay, nimmst du wieder eine Hand. Ja! Und stell dich wieder drauf. Komm! Ja! Well done! Jetzt das nächste... Wirst du mich eigentlich... Ja, bester Try ever! Ha! Hui! Ich lebe! Oh nein! Oh, die Bälle... Die erdrücken mich! Oh nein! Oh nein! Oh, bitte nicht! Bitte, bitte hol doch wen anders! Ich komme immer tiefer rein. Scheiße! Oh, nice! Doch nicht! Oh ja, geil! Geil! Okay! Ja! Ich... Ich verschiebe alles! Ha! Ja, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte, aber... Ich glaube, weiterbringen tut es mich trotzdem. Na! Ich muss nur einmal richtig den Ball erwischen. Also, es sieht gerade ganz gut aus, eigentlich. Ja, wenn ich mich weiter drehe und immer weiter alles gerade mache, dann... Könnte das auch was werden. Komm! Ach! Mann! Ich fühle mich einfach gedisst vom Leben. Aber, aber ich hab's glaube ich... Ne, okay, doch nicht. Schade. Komm, einfach einmal... Einmal hochspringen. Einmal nur hoch. Ganz leicht. Muss gar nicht so sehr sein, ne? Also, ich sehe ja schon das Ziel. Hohoho! Ja! Nein! Ja! Komm schon! Alter! Das ist das schwierigste Level aller Zeiten. Komm! Komm! Drück dich, drück dich! Nein, nicht unter mir, Alter! Das hätte auch anders enden können. Scheiße! Scheiße! Komm! Ja, genau! Das ist einfach reingegangen. Nice! Okay, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ey! Ich fühl mich geprankt. Leute, ich fühl mich einfach ultra geprankt. Komm! Ja, 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 ja! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Hoioioioi! Gut! Dann bewette den Part. Ich hab das Unmögliche möglich gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!